Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Novena am Rasenkreuz vom Mecken, neunter Tag. Herr Jesus Christus, du hast durch deinen Tod am Kreuz die Welt mit Gott versöhnt. Nun ist das Kreuz das Zeichen der Erlösung, das Zeichen des Heils. Mit diesem Zeichen werden wir gesegnet und segnen wir, empfangen und vermitteln wir Gnade. Herr Jesus Christus, du hast auf wunderbare Weise im Mecken eine Teilgemeinde, jene Pfarrei, in der der Segenspfarrer vom Allgäu, Pfarrer Augustinus Hieber, so gnadenvoll gewirkt hat, ein Kreuz im Rasen entstehen lassen. In unserer gegenwärtigen Not, kann man die Not nennen, kommen wir im Geist vertrauensvoll zu diesem heiligen Ort und erbitten deine Hilfe in unseren Anliegen. Wenn es dein heiliger Wille ist und es zu unserem Heile dient, so erlöse uns von diesem Übel und nimm den Geist unserer gegenwärtigen Not von uns. Aber nicht meins, sondern dein Wille geschehe. Schenke uns Geduld, unser Kreuz zu tragen, zu Söhne für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Amen. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr Jesus Christus, der du aus Liebe zu unserem Kreuz gestorben bist. In tiefer Demut beten wir dich an und loben und preisen deine große Liebe und Barmherzigkeit. Mein Herr und mein Gott, durch Christus unseren Herrn. Amen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Heiliges Kreuz, du unsere einzige Hoffnung, sei gegrüßt. Amen. Neunter Tag, Zeichen des Sieges, es ist vollbracht. Mit diesen Worten hast du, o Herr, dein menschliches Leben in die Hände des Vaters zurückgegeben. Dein Kreuz ist Opfer vollendet und damit Tod und Hölle besiegt. Das Kreuz, einst du in der Zeichen des Schmach und Schande, wird so zum Zeichen des größten Sieges. In diesem Zeichen ist uns der Sieg über Tod und Hölle zugesagt. Auch Gnade und Heil werden uns in diesem Zeichen zuteil. Lieber Herr Jesus Christus, führe uns durch dein heiliges Kreuz zum Heil. Lass uns dieses Zeichen des Zeichen des Kreuzes, das du hier im Magen auf wunderbare Weise hast, entstehen lassen, in Liebe verehren, damit es uns zum Sieg führt, über alles Böse in uns und um uns, auf das Gottesreich sich ausbreiten kann. Doch umbitten wir um deines heiligen Kreuzes Willen. Amen. Amen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Forder uns, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Es war im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, wir stehen unter deinem Kreuz. So wie einst in Jerusalem unter dem Kreuz deiner Mutter und Johannes, Maria Magdalena und andere Frauen standen, so stehen auch wir hier. Es fehlen uns die Worte, um all das auszudrücken, was unsere Herzen empfinden. Es drängt uns aber, dich zu bitten, bleibe bei uns durch dein heiliges Kreuz. Wir bitten dich, bleibe du bei der Kirche, bleibe du bei der Menschheit. Wende dich nicht ab von ihr, wenn auch vielleicht viele gleichgültig an deinem Kreuz vorüber gehen. Einige sich von ihm entfernen und andere nicht bis zu ihm hingelangen. Denn vielleicht brauchen die Menschen heute mehr als je zuvor diese Kraft und diese Weisheit, die du selber bist. Du allein durch dein heiliges Kreuz bleibe bei uns in diesem tiefen Geheimnis deines Todes, in dem du geoffenbart hast. Wie sehr Gott die Welt geliebt hat, bleibe bei uns, durch deine heilige Mutter, die du vom Kreuz herab jeden Menschen anvertraut hast. Bleibe bei uns, hin zum Kreuz will ich gehen, will die vielen Wunden sehen, will betrachten deinen Schmerz, schauen in dein offenes Herz. Dann will ich voll Reue klagen. Ich habe dich mit ans Kreuz geschlagen. Meine Sünden sind schuld daran. Sie haben dir so weh getan. Jesus, höre meine Bieten. Hast ja auch für mich gerieten. Gib mir eine wahre Reue. Meine Sünden mir verzeih. Deine Mutter, liebend Herz, erfüll meinen Reueschmerz. Dass ich dafür mit deiner Lieb dir Dank in Treue ewiglich. Amen. Amen. Durch die Gnadenstätte des Rasenkreuzes hast du, oh Gekreuzigter, die Aufmerksamkeit der Menschheit wieder auf dein furchtbares, qualvolles Leiden und Sterben auf dem Kreuzesfall hingelenkt. Wir danken dir aus tiefstem Herzen, dass du die Gnadenstätte des Rasenkreuzes eröffnet und gezeigt hast, mit welcher übergroßen Liebe du die Menschen retten wirst. Mit dieser Gnadenstätte des Rasenkreuzes hast du der Menschheit, die von der Sünde verblendet, im Hochmut und Stolz, dein Erlösungswerk nicht mehr beachtet hat, einen neuen Rettungsanker in die Hände gelegt. Wir bitten dich, sende von dieser heiligen Stätte aus recht viele Gnaden in die Herzen der Menschen, damit sie zu dir finden, zu dir, dem Gekreuzigten, der einzig und allein unsere Rettung und Erlösung ist. So opfern wir dir, himmlischer Vater, die Wunden, die qualvollen Schmerzen, das kostbare Blut und das ganze Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Krankheit der Seelen aller Menschen zu heilen. Amen. Amen. Liebe Segensfahrer vom Allgäu, Augustinus Hieber, wir bitten dich um deinen Segen und deine Fürbitte im Himmel. Und danken dir für deinen Segen und deine Fürbitte im Himmel. Ein ewiges Vergeltes Gott. Amen. 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 Amen.